Hallo liebe Sternenfreundinnen und Freunde, hier kommen eure Tendenzen für den Monat Juni für alle zwölf Sternzeichen. Und wann euer jeweiliges Sternzeichen dran ist, das erfahrt ihr unten in der Videobeschreibung. Bei vielen Android-Geräten und PCs kann man durch draufklicken sogar dann direkt dahin springen. Aber viele von euch schauen sich ja auch gern die anderen Sternzeichen an, um zu wissen, was bei denen so los ist. Außerdem empfehle ich euch auch, bei eurem Aszendentenzeichen nachzuschauen. Mehr wichtige Informationen für den Monat findet ihr in dem Video mit der kosmischen Schwingung für den Juni, in dem ich die aktuellen Aspekte des Monats gedeutet habe und alle wichtigen Planetenübergänge erwähne. Außerdem verlose ich dort wieder einen tollen Preis und ihr erfahrt, wer in der Verlosung vom Mai gewonnen hat. Mehr zur Verlosung und zu meinen nächsten wichtigen Terminen und Livestreams erfahrt ihr auch im Service-Teil am Ende dieses Videos. Schaut doch da bitte auch noch mal rein. Steht auch unten in der Videobeschreibung, wann der Service-Teil anfängt. Empfehlen möchte ich euch außerdem auch das neue Video über den Mondzyklus im Juni. Es wird Ende Mai online gehen und wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen oben rechts mit den Benachrichtigungen aktiviert, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald das Video online ist. Gleich steigen wir ein in die Sternzeichenhoroskope. Denkt dabei bitte daran, dass ein allgemeines Sternzeichenhoroskop natürlich keine persönliche Beratung ersetzen kann. Je nachdem, wie die Konstellationen eures Geburtshoroskops aussehen, empfangt ihr noch zusätzlich weitere wichtige kosmische Energien. Wenn ihr also spezifische Fragen oder Probleme habt, könnt ihr euch gern für eine persönliche Beratung an mich wenden und ihr erreicht mich entweder über mein Kundentelefon oder meine Homepage und die Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt steigen wir ein in die Deutung der Monatshoroskope in der Reihenfolge des Tierkreises und das erste Zeichen ist der Witter. Hallo, ihr lieben Wittergeborenen und Witteraszenenten. Für euch kann der Monat recht turbulent werden, weil euer Herrscher Mars hier in Spannung zur Wildersonne steht. Und das bringt ein erhöhtes Konfliktpotenzial mit sich, entweder weil ihr selbst schnell zum Angriff übergeht oder weil andere übermäßig empfindlich reagieren, was euch dann wiederum nervt. Schließlich habt ihr nichts gegen eine herzhafte Auseinandersetzung einzuwenden und es ist frustrierend, wenn euer Gegenüber dann beleidigt ist, anstatt es sportlich zu nehmen. Auch Saturn und Pluto stehen in einer starken Spannung zu euch und zeigen berufliche Herausforderungen an. Vielleicht steht ihr unter Druck, ein Projekt zu Ende zu bringen. Oder ihr wollt aufsteigen und andere gehen in Konkurrenz zu euch oder sagen euch sogar den Kampf an. Vom 1. bis zum 9. Juni lässt sich alles noch recht gut mit Diplomatie regeln und es steht der Wunsch im Vordergrund bisher erreichtes nicht zu gefährden. Der Neumond am 3. Juni betont eure Kommunikation und Selbstdarstellung. Nehmt euch vor, auf eure Außenwirkung zu achten und euch in Gesprächen in euer Gegenüber hineinzuversetzen. Dabei hilft euch ab dem 9. Juni die Venus. Und das ist gut so, denn zwischen dem 10. und dem 24. ist eine sehr kritische Phase, da lauern viele Fettnäpfchen auf euch. Ihr müsst diplomatisch sein, dürft aber auch nicht um des lieben Friedens willen etwas zusagen, wenn ihr gar nicht dahinter steht. Sonst droht Frustration, weil ihr den Eindruck habt, zu euren Ungunsten nachgegeben zu haben. Konflikte bitte vor allem um die Monatsmitte herum vermeiden, denn in der Zeit kann aus einer kleinen Ursache ein großer Bruch werden, der hinterher kaum zu kitten ist. Darunter können dann auch eure privaten Beziehungen, euer Familienleben leiden. Umgekehrt kann es auch sein, dass ein Stress mit einem Familienmitglied oder Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, euch so gereizt machen, dass ihr auf der Arbeit aus der Haut fahrt. Nehmt euch vor, Berufliches und Privates strikt zu trennen, wenn irgend möglich. Außerdem solltet ihr euch sportlich betätigen, um überschüssige Energie abzureagieren, aber möglichst keine riskanten Sachen, vor allem, wenn ihr in der ersten Dekade geboren seid. Alle diese kosmischen Herausforderungen können euch jedoch nicht vom Flirten abhalten. Ihr sucht die Gesellschaft netter und witziger Leute, und zwar ab dem 9. Juni für den Rest des Monats. Nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich, habt ihr Spaß daran, Flirtpartner herauszufordern. Das kann gut gehen, solange ihr es nicht übertreibt. Denn im Juni reagieren die Menschen auf Scherze oft empfindlich. Wie gesagt, vor allem noch in der Phase bis zum 24. und gerade auch um den Vollmond am 17. Juni herum. Am besten kommt ihr wahrscheinlich mit Schützen, Löwen oder Wassermanngeborenen zurecht. Aufpassen, wenn euer Gegenüber Krebs, Waage, Steinbock oder ein anderer Widder ist. Erhaltet euch eure guten Beziehungen zu wichtigen Leuten, auch wenn ihr manchmal die Faust in der Tasche ballen müsst. Darüber werdet ihr sehr froh sein, denn am 27. Juni geht erst der Merkur in den Löwen und Anfang Juli dann auch der Mars und dann geht ihr wieder in Führung. Hallo ihr lieben Stiergeborenen und Stieraszendenten. Freut euch auf einen Monat, in dem ihr fast durchweg harmonische Aspekte zur Stiersonne genießt. Nur die Aprilstiere stehen unter dem unruhigen Einfluss von Uranus, der steht ja hier in eurem Zeichen, und da kündigen sich Umwälzungen im Leben an oder sind vielleicht bereits im Gange. Das gilt auch, wenn ihr andere wichtige Horoskoppositionen habt, die den Einfluss von Uranus empfangen. Das müsste man dann in einer Beratung klären. Aber davon abgesehen stehen die Planeten wirklich sehr angenehm für euch. Genießt vor allem die Zeit bis zum 9. Juni, wenn die Venus noch in eurem Zeichen steht und ihr viel positiven Zuspruch bekommt. Der Mars steht noch den ganzen Juni über günstig für euch hier im Krebs und bringt Schwung in eure Gespräche und Diskussionen. Beruflich könnt ihr euch in einem positiven Licht darstellen und wenn ihr selbstständig seid, ist es ein guter Monat, um etwas fürs Marketing zu tun. Der Neumond am 3. Juni fällt in euer Geldhaus. Das ist immer gut, um über Finanzfragen und auch über das persönliche Selbstwertgefühl nachzudenken. Günstig für euch ist, dass die Sonne und ab dem 9. Juni auch die Venus durch euer Geldhaus laufen und für positive Impulse sorgen. Aber es liegt ein gewisser finanzieller Übermut in der Luft. Besonders um die Mitte des Monats herum und auch noch bis zum 24. Juni solltet ihr euch zurückhalten mit riskanten geschäftlichen Entscheidungen. Es sei denn, ihr wisst wirklich ganz genau, was ihr tut. Dahinter steckt der Täuschungsaspekt zwischen Jupiter und Neptun, der den ganzen Juni über wirksam ist. Und die kritische Phase ist zwischen dem 10. und 24. Juni. Leider bezieht das auch Freunde oder freundschaftliche Kontakte mit ein. Seid also am besten vorsichtig damit, Bekannten Geld zu leihen oder sie selber anzupumpen. Unter diesen Sternen ist nicht sicher, ob Menschen, mit denen man finanzielle Verhandlungen führt, es ernst meinen oder selbst wirklich den Überblick haben. Stiere in fester Partnerschaft überlegen wahrscheinlich, wichtige Anschaffungen zu machen oder eine gemeinsame neue Verantwortung zu übernehmen. Lasst euch in diesem Fall nicht von Bekannten und Freunden hineinreden. Das könnte zur Verwirrung führen. Nur ihr beide habt zu entscheiden, was euch wichtig ist und wie ihr das gestalten wollt. Der Mars verleiht euch jedoch den nötigen Scharfsinn, um Transaktionen genau zu durchdenken und auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen. Im Zweifelsfalle könnt ihr einfach abwarten. Anfang Juli klären sich viele Vertragsangelegenheiten von selbst. In sozialer Hinsicht ist der Monat spannend, um neue interessante Menschen kennenzulernen. Denn die wilde Lilith und der unruhige Uranus stehen beide ab dem 11. und bis Ende des Monats sehr anregend zur Stiersonne. Ihr solltet also ausgehen und Einladungen, die ihr höchstwahrscheinlich bekommen werdet, auch annehmen und offen für Neues sein. Auf diesem Wege können die Singles unter euch auch eine neue Romanze anfangen, auch wenn es anfangs eher nur wie eine flüchtige Bekanntschaft aussieht. Da kann sich was entwickeln. Gut möglich auch, dass ihr auf Reisen oder im Urlaub jemanden kennenlernt. Das gilt besonders für Stierdamen, die einen Verehrer finden. Vergesst nicht, eure Telefonnummern auszutauschen, denn die Sache könnte mehr als nur eine Urlaubsliebe sein. Am 21. Juni ist dann die Sommersonnenwende und die Sonne geht dann in den Krebs und aktiviert für die kommenden vier Wochen euer drittes Haus der Kommunikation. Das ist sehr günstig für die Stiergeborenen. Und alles weitere erfahrt ihr dann in meinem Video für den Juli. Hallo ihr lieben Zwillingegeborenen und Zwillinge Aszendenten. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Juni Geburtstag habt. In diesem Monat raten euch die Sterne zu besonderer Vorsicht bei allen Vorhaben, die ein großes Potenzial zu haben scheinen, aber noch wenig konkret sind. Es besteht eine Tendenz, mehr zu versprechen, als man halten kann. Oder baut ihr vielleicht sogar selber Luftschlösser? Achtet darauf, nichts zu versprechen, was ihr nicht auch hinbekommen könnt. Denn in diesem Monat steht ihr stark unter dem Einfluss des Illusionsaspektes zwischen Jupiter und Neptun. Das wirkt sich auf mehreren Ebenen aus. Beruflich können euch Vorgesetzte das Leben schwer machen, weil sie sich nicht klar äußern und ihr nicht wisst, woran ihr seid. Dazu kommen Konstellationen, die euch dazu verleiten könnten, euch um Kopf und Kragen zu reden, besonders wenn es um Finanzielles geht. Wahrscheinlich habt ihr sehr gute Ideen, aber wenn ihr zu forsch oder unrealistisch auftretet, wird man euch Widerstand entgegensetzen. Auf der persönlichen Ebene zeichnen sich gewisse Liebesverwirrungen ab. Das können wir uns am Beispiel des Neumonds am 3. Juni anschauen. Das ist für euch der wichtigste Neumond im ganzen Jahr und er lenkt die Energie ins Zeichen Zwillinge und auf das Thema Liebe und Beziehungen. Denn genau gegenüber steht Glücksplanet Jupiter in eurem Partnerhaus. Das ist eine starke kosmische Energie, die Flirt und Liebe in euer Leben zieht. Dummerweise besteht aber eben auch diese Spannung zu Neptun, der für romantische Illusionen sorgt. Und ab dem 9. Juni gesellt sich auch noch die Venus dazu, die in euer Zeichen läuft und euren Charme ganz und gar unwiderstehlich macht. Ihr könnt alle verrückt machen und jedem den Kopf verdrehen. Achtet dabei darauf, die Gefühle anderer nicht zu verletzen. Dann könnt ihr es genießen. Und wenn ihr euch verliebt, haltet euch erstmal zurück und schaut euch die Sache näher an, denn leider liegen einige geplatzte Liebesträume in der Luft. Der Vollmond am 17. Juni weist ebenfalls in diese Richtung und kann erneut großen Liebeswirbel verursachen, denn er findet bei euch auf der Beziehungsachse statt. Wenn ihr fest liiert seid, kann es auch sein, dass ihr ganz harmlos flirtet, einfach nur, weil ihr nett seid und euch amüsieren wollt. Aber euer fester Partner fühlt sich dadurch verletzt und reagiert vielleicht sehr harsch. Wenn euch euer, also an eurem Schatz etwas liegt, dann bleibt auf enger Tuchfühlung und vermeidet Missverständnisse. Schließlich könnt ihr ja auch gemeinsam den Frühling genießen. Am 21. Juni um 17.54 Uhr verlässt die Sonne euer Sternzeichen und geht dann in den Krebs. Sie aktiviert dann für die kommenden vier Wochen euer Geldhaus, wo auch schon der Mars steht. Und ab dem 24. sind die Konstellationen für euch bis zum Rest des Monats günstig und produktiv für eure finanziellen Vorhaben. Bleibt in der Liebe weiterhin vorsichtig. Zwischen dem 24. Juni und dem 7. Juli herrscht mehr Klarheit und ihr wisst, wem ihr vertrauen könnt bzw. wie weit ihr selbst bereit seid, euch einzulassen. Hallo, ihr lieben Krebsgeborenen und Krebsaszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Juni Geburtstag habt. Ihr geht eure Aufgaben mit viel Schwung und Selbstbewusstsein an, weil der Mars in eurem Zeichen steht. Das gibt Power. Der Neumond am 3. Juni fällt in euer zwölftes Sonnenhaus der Spiritualität. Das ist eine schöne Gelegenheit, um mit eurer inneren Stimme in Kontakt zu kommen. Und wenn ihr spirituell arbeitet, erhaltet ihr viele Inspirationen aus der geistigen Welt. Bis zum 9. Juni bekommt ihr außerdem schöne Energien von der Venus. Danach dominiert der Mars das Geschehen. Er aktiviert die Konstellationen mit dem Mondknoten Saturn und Pluto, die bei euch im Partnerhaus stehen. Und der Mondknoten steht ja in eurem Zeichen. Das sind komplexe Aspekte, denn einerseits gibt es da eine ganz gehörige Spannung, die zu Konflikten und Auseinandersetzungen in der Partnerschaft führen kann. Andererseits gibt es eine Verbindung zum sanften Neptun, die euch besonders intuitiv macht. Ihr verfügt wahrscheinlich über eine hohe emotionale Intelligenz, aber ihr neigt auch dazu, euch schnell persönlich angegriffen zu fühlen. Dabei ist in den meisten Fällen euer Gegenüber wahrscheinlich nur ungeschickt oder unsensibel in der Wortwahl, meint es aber im Grunde gut. Besonders heikel ist in dieser Hinsicht die Zeit vom 10. bis zum 24. Juni. Notfalls müsst ihr ganz offen sagen, dass ihr im Moment Kritik nicht gut vertragen könnt, auch wenn sie gut gemeint ist. Für Singles ist das auch eine Phase, in der intensive Flirts beginnen können, die jedoch eine raue Seite haben. Oder es kommt zu Verzögerungen und zu Zurückweisungen. Vielleicht empfindet ihr das aber auch nur so und die andere Person ist durchaus weiterhin interessiert. Denn eure Verehrer geben so schnell nicht auf, wenn sie einmal Feuer gefangen haben. Ich würde euch raten, bei heiklen und zu Herzen gehenden Begegnungen, die sich nicht so richtig entwickeln wollen, einen Gang zurückzuschalten und die Erwartungshaltung herunterzuschrauben. Gebt der Sache noch eine Chance. Ab dem 3. Juli, wenn die Venus in euer Zeichen geht, bekommen Liebesangelegenheiten eine neue, zärtliche und schönere Energie. Beruflich habt ihr einerseits viel Power und könnt eine Menge schaffen. Andererseits seid ihr empfindlich bei Kritik. Auch unbedachte Sprüche eurer Arbeitskollegen oder Vorgesetzten können schon ausreichen und euch schnell unter die Haut gehen. Konzentriert euch auf die Bereiche, wo ihr dank eurer gesteigerten Intuition und Fantasie Punkte machen könnt und schiebt ansonsten Dienst nach Vorschrift. Konflikten solltet ihr weiträumig aus dem Weg gehen, besonders um die Monatsmitte herum, denn daraus können längerfristige Querelen und sogar Unversöhnlichkeiten entstehen und das braucht ihr nun wirklich nicht. Am 21. Juni um 17.54 Uhr ist Sommersonnenwende und die Sonne tritt in euer Zeichen ein. Sie aktiviert dann für vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Bis zum Monatsende entstehen dabei prickelnde Aspekte mit Lilith und Uranus, die interessante neue Bekannte ankündigen und wenn ihr in der Zeit Geburtstag feiert, bringen eure Freunde vielleicht unverhofft neue Leute mit, die euch gefallen werden. Ihr befindet euch dann schon im Einzugsbereich der Sonnenfinsternis vom 2. Juli. Das heißt, wenn ihr in der ersten Dekade Geburtstag habt, ergeben sich in eurem neuen Lebensjahr spannende neue Entwicklungen. Neue Beziehung, neuer Job, neue Wohnung, alles ist dann möglich. Ich habe darüber auch schon in meinem Jahrbuch ausführlich geschrieben und wenn ihr Bedarf habt, könnt ihr mich auch gerne für eine Beratung konsultieren. Näheres zur Sonnenfinsternis in eurem Zeichen erfahrt ihr dann im Horoskop für den Juli. Hallo ihr lieben Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Nutzt die erste Woche des Monats, um beruflich voranzukommen. So manches schwierige Problem der letzten Wochen lässt sich dann nämlich lösen. Der Neumond vom 3. Juni ist günstig, erfällt in euer Haus der Freundschaften und Businesskontakte und eignet sich für alle neuen Projekte, die ihr zusammen mit euren Freunden oder mit Kontakten aus dem beruflichen Netzwerk anschieben wollt. Beachtet dabei aber, dass im Juni nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde und dass man nicht allen Leuten vertrauen kann. Es werden viele Gerüchte gestreut und man baut gerne Luftschlösser. Möglicherweise gehört aber gerade ihr zu denjenigen, die helfend und beratend eingreifen können, wenn andere sich in Illusionen verstrickt haben oder unmögliche Projekte realisieren wollen. Für euch selbst tut ihr gut daran, sehr skeptisch zu sein, wenn andere euch Projekte vorschlagen, bei denen ihr zunächst viel Geld investieren sollt und das Ergebnis noch unklar ist. Seid auch vorsichtig damit, Freunden und Bekannten Geld zu leihen. Das kann nach hinten losgehen. Auch Investitionen in eure Freizeit und euer Vergnügen könnten sich im Juni als teurer erweisen, als ihr zunächst gedacht hättet. Ab dem 7. Juni können sich berufliche Herausforderungen ergeben. Zum Beispiel könntet ihr mit Opponenten zu tun bekommen, die sich euch aber nicht offen zeigen, sondern sich hinter eurem Rücken engagieren. Wenn ihr so etwas aufdeckt, müsst ihr sofort eine Erklärung verlangen und eventuelle Gerüchte stoppen. Sogar in eurem Freundeskreis kann es passieren, dass unbedachtes Gerede euch schadet. Vor allem für Löwen in fester Beziehung kann es Missverständnisse geben, die aus eurem Freundeskreis herrühren. Ob das nun böse gemeint ist oder nicht, es kann Schaden anrichten. Deswegen gilt auch hier Unwahrheiten sofort klären, bevor daraus Geschichten entstehen, die immer weitererzählt werden. Hilfe und Unterstützung erhaltet ihr von Seiten der Familie speziell am 13. und 14. Juni. Insgesamt hält die kritische Phase an bis zum 24. Juni. Danach beruhigt sich die Lage wieder. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, habt ihr generell gute Karten durch Glücksplanet Jupiter. Ihr seid begehrt und beliebt. Aber für euch gilt, dass zum Beispiel ein vielversprechender neuer Flirtpartner in Wirklichkeit gebunden sein kann, glaubt deshalb nicht allem süßen Liebesgeflüster. Möglich auch, dass ihr eigentlich fest liiert seid, dass man aber intensiv versucht, euch zu beflirten. Seid damit bitte sehr vorsichtig. Besonders heiß ist die Zeit vom 21. bis zum 26. Juni, aber so mancher Liebestraum kann sich dann auch als Illusion erweisen. Am 21. Juni mit der Sommersonnenwende geht die Sonne in den Krebs. Für das Löwe-Kollektiv ist das das 12. Haus der Spiritualität und des Rückzugs. Gut möglich, dass ihr euch in den kommenden vier Wochen lieber zurückzieht, als euch einer heiklen Liebessituation auszusetzen. Und das wäre auch gar nicht so verkehrt. Falls ihr im Juni beruflich oder auch in der Liebe verunsichert werdet, spielt auf Zeit und wartet ein bisschen ab. Ab dem 27. Juni geht der Merkur in den Löwen und ihr könnt bis zum 7. Juli einiges klarstellen. Am 2. Juli geht dann auch der Mars in euer Zeichen. Dann findet ihr wieder zu eurem Selbstvertrauen und eurer Entschiedenheit zurück. Das und mehr schauen wir uns dann im Video für den Juli näher an. Hallo ihr lieben Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Der Monat hält gemischte Einflüsse für euch bereit. Wenn ihr genau wisst, wo es für euch lang geht und wenn ihr in einer festen und vertrauten Beziehung seid, dürft es gut laufen. Wenn ihr jedoch in Situationen seid, wo ihr schwierige Entscheidungen treffen müsst, sei es privat oder beruflich, können die Aspekte einige Unsicherheit für euch anzeigen. Denn diesen Monat ist der Illusionsaspekt zwischen Jupiter und Neptun aktiv und beide stehen in Spannung zur Jungfau-Sonne. Das betrifft vor allem die Geburtstagskinder der zweiten Dekade, aber auch wenn ihr andere Horoskopfaktoren in den kritischen Graden habt, werdet ihr diesen Einfluss empfangen. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Jahrbuch oder, wenn es was ganz Wichtiges ist, würde sich auch eine persönliche Beratung lohnen. Dafür könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne bei mir melden. Der Neumond am 3. Juni kann euch diesbezüglich schon viel Aufschluss geben. Er fällt in euer zehntes Sonnenhaus der Karriere und bringt starke Impulse für neue berufliche Projekte mit sich. Eure Entscheidungen beeinflussen auch eure Partnerschaften und das Familienleben. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch mit den betroffenen Menschen eng abstimmt und ihre Meinung mit einbezieht. Andererseits müsst ihr darauf achten, dass ihr euch nicht durch die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse aller anderen von eurem eigenen Weg abbringen lasst. Das kann nämlich in diesem Monat passieren. Besonders kritisch ist die Phase zwischen dem 10. und dem 24. Juni. In dieser Zeit versuche wirklich alle, euch hineinzureden und jeder scheint es besser zu wissen als ihr selbst. Im Zweifelsfalle raten euch die Sterne, Urlaub zu machen oder auf Zeit zu spielen und Entscheidungen auf später zu verschieben. Und zwar am besten auf die Zeit zwischen dem 24. Juni und dem 7. Juli. Dann sehen alle wieder etwas klarer. Für euer Liebesleben ist die Zeit zwischen dem 1. und dem 9. Juni, also Anfang des Monats, besonders angenehm. Da steht nämlich die Venus günstig für euch. Besonders wenn ihr in dieser Zeit Urlaub habt oder auch eine Fortbildung oder ein Ferienseminar besucht, werdet ihr sehr nette und interessante Leute kennenlernen. Wenn ihr Solo und auf der Suche nach einer Partnerschaft seid, können sich im Juni längerfristig mit Lilith in eurem Partnerhaus spannende und heiße Affären ergeben, die aber mit Vorsicht zu genießen sind. Die Lilith-Energie sehnt sich nach intensiven Erfahrungen, nicht unbedingt nach festen geregelten Partnerschaften. Aber sie kann den Funken überspringen lassen und wenn andere Horoskopfaktoren helfen, kann daraus durchaus etwas längerfristiges entstehen. Im Juni versprechen die Aspekte auch neue, ungewöhnliche Freundschaften, die euch stark inspirieren. Auch Neptun steht ja langfristig in eurem Partnerhaus und bildet aktuell sehr günstige Konstellationen mit der Mondknotenachse. Das öffnet der großen Liebe Tür und Tor. Trotzdem seid zunächst vorsichtig. Es wird mehr versprochen, als gehalten werden kann. Wenn ihr zufrieden in einer festen Beziehung seid, solltet ihr im Juni auf Kritik und Grundsatzdiskussionen möglichst ganz verzichten. Achtet lieber auf die Gefühle und Bedürfnisse eures Partners und nehmt euch Zeit, in der Liebe fantasievoll zu sein und einander Wünsche zu erfüllen. Dann müsstet ihr mit den Konstellationen im Juni gut klarkommen. Am 21. Juni um 17.54 Uhr ist Sommersonnenwende und die Sonne geht dann in den Krebs und aktiviert für vier Wochen eure Freundschaften und guten Business-Kontakte. Außerdem verstärkt sich bis in den Juli hinein eine Tendenz, dass jemand, mit denen ihr zunächst befreundet seid, sich als Seelenpartner erweisen könnte. Mehr dazu erfahrt ihr dann in eurem Video für den Juli. Hallo liebe Vagegeborene und Vage-Ascendenten. Der Juli scheint für euch ein ereignisreicher Monat zu werden. Viele Anforderungen stürmen auf euch ein und zwar vor allem in beruflicher und familiärer Hinsicht. Der Mars wandert noch bis Ende Juni durch euer Sonnenhaus der Karriere und zeigt viel Aktionismus, aber auch mögliche gereizte Stimmung an. Trotzdem ist das Potenzial hoch, dass ihr Erfolge erringt und auf eurem Weg ein gutes Stück vorankommt. Gleichzeitig habt ihr jede Menge Verantwortung in der Familie zu schultern und beides kann sich beeinflussen. Im Juni wird es wieder mal wichtig, dass diejenigen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, mit euch an einem Strang ziehen und euch nicht zusätzlich Arbeit aufbürden. Wenn ihr alleinstehend seid, kann die Aspektlage auch Probleme mit eurem Heim oder einer Immobilie durch fällige Reparaturen zum Beispiel anzeigen. Ich habe diese längerfristigen Aspekte im Jahrbuch ausführlich beschrieben. Schlagt das doch bitte dort nochmal nach. Der Neumond am 3. Juni begünstigt eure Pläne, Reisen und falls ihr Kursleiter seid, auch die Findung neuer Themen. Es liegt viel Fantasie in der Luft, aber auch eine Neigung, sich zu viel vorzunehmen oder Themen zu überschätzen. Ihr solltet euch eure Ideen erstmal notieren, aber noch etwas reifen lassen bis zur Umsetzung. Der Vollmond am 17. Juni lässt euch wahrscheinlich schon erkennen, welche Ideen etwas taugen und welche unrealistisch sind. Ab dem 9. Juni geht die Venus in die Zwillinge und steht dann für den Rest des Monats vorteilhaft für euch. Das hilft, um Konfliktsituationen zu entschärfen. Trotzdem haben wir vom 10. bis zum 24. eine kritische Phase, in der sich bestehende Spannungen zuspitzen können und zusätzlich auch noch Probleme auftreten können, die aus Fehlentscheidungen der Vergangenheit herrühren. Diese haben wahrscheinlich mit der Familie zu tun. Es kann passieren, dass Angehörige quengeln, weil sie der Meinung sind, dass ihr euch nicht genug um sie kümmert. Aber ihr seid Organisationstalente. Ihr kriegt das geregelt. Lasst euch bitte keine Schuldgefühle einreden. Ihr tut schließlich, was ihr könnt oder etwa nicht? Der wichtigste Tipp der Sterne ist, dass ihr euch nicht aus der Ruhe bringen lasst und dass ihr für schöne Momente sorgt. Der Genuss von Kunst und Kultur ist die reinste Gesundheitsvorsorge für euch. Vor allem die vielen Vagegeborenen, die künstlerisch oder auch therapeutisch arbeiten, schöpfen jetzt positive Impulse aus ihrer Tätigkeit und können große Erfolge erzielen. In der Liebe sorgt ja die Venus ab dem 9. Juni für gute Energie. Eure festen Partnerschaften profitieren von gemeinsamen Plänen und Vorhaben, die stärken den Zusammenhalt. Wenn ihr Solo seid, trefft ihr interessante Menschen vor allem auf Reisen oder wenn ihr euch fortbildet. Vom 22. bis zum 26. Juni gibt es da aber einige kritische Aspekte. Ein Liebeserlebnis kann sich als Illusion erweisen oder ein schöner Beziehungsplan scheitert an der Realität. Deshalb wäre der Tipp der Sterne, Flirt und Liebe genießen, aber Pläne und neue Begegnungen erst reifen lassen. Und wenn ihr euch richtig verliebt, denkt an meine 90-Tage-Regel. Drei Monate abwarten, danach könnt ihr anfangen, die Sache wirklich ernst zu nehmen. Hallo ihr lieben Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Freut euch auf einen Monat mit vielen günstigen Aspekten. Genießt besonders die erste Woche des Monats mit viel prickelnder Liebesenergie, sei es für neue, interessante Flirts und Begegnungen oder für eure festen Beziehungen. Es liegen erotische und zärtliche Momente in der Luft. Ab dem 9. Juni sind die festen Beziehungen der Skorpione begünstigt, solange ihr ehrlich und aufrichtig miteinander umgeht und euch eng aufeinander abstimmt. Es ist möglich, dass jemand von außen versucht, mit euch anzubundeln, obwohl ihr schon gebunden seid. Dem solltet ihr direkt einen Riegel vorschieben, um Gerüchten und Missverständnissen vorzubeugen. Langfristig steht ja Uranus in eurem Partnerhaus und beeinflusst zurzeit die erste Dekade der Skorpione und jetzt im Juni verstärkt durch die Lilith. Das heißt, ihr könnt sehr interessante und auch schräge Menschen kennenlernen und daraus kann sich auch eine Affäre ergeben. Aber es ist nicht gesagt, dass daraus auch gleich etwas Ernstes wird. Der Neumond am 3. Juni hat für euch wahrscheinlich mit finanziellen Erwägungen zu tun. Es kann um wichtige neue Anschaffungen gehen, die ihr gemeinsam mit eurem festen Partner tätigen wollt. Möglich auch, dass ihr in ein Vergnügen, eine schöne Reise oder eine Anschaffung für euer Hobby investieren wollt. Doch das Skorpion-Kollektiv ist in Fragen von Wert und Besitz von dem Illusionsaspekt zwischen Jupiter und Neptun betroffen. Deswegen überprüft eure finanziellen Vorhaben ganz realistisch. Darin seid ihr ja normalerweise auch sehr gut. Es kann aber sein, dass euch Dritte überreden wollen, euch etwas anzuschaffen, was ihr womöglich gar nicht braucht oder dass ihr selbst in einer Sache mehr seht, als wirklich da ist. Auf jeden Fall solltet ihr vermeiden, für eine solche Anschaffung einen Kredit aufzunehmen. Wenn es nicht drängt, ist die beste Zeit für eine gute Entscheidung entweder bis zum 9. Juni oder zwischen dem 24. Juni und dem 7. Juli. Davon abgesehen habt ihr im Juni aber viele gute Aspekte zu eurer Sonne. Der Mars zeigt Schwung und Schaffenskraft an, verbunden mit einer ausgezeichneten Intuition. Vor allem, wenn ihr im Bereich Marketing tätig seid oder mit Worten arbeitet, zum Beispiel als Blogger oder Journalisten, könnt ihr sehr erfolgreich sein. Wahrscheinlich seid ihr einem ganz heißen Thema auf der Spur, was in der Gesellschaft den Nerv trifft. Auch falls ihr beratend oder als Therapeuten tätig seid, wird es wahrscheinlich ein sehr guter Monat, in dem viele Leute eure Hilfe suchen und sich euch gerne anvertrauen. Und falls ihr Kurse und Seminare gebt, werdet ihr viele Schüler haben, die an euren Lippen hängen. Am 21. Juni zur Sommersonnenwende geht die Sonne in den Krebs und steht dann vier Wochen günstig für euch. Nutzt die guten Tendenzen im Juni, denn ab Anfang Juli wird der Mars in den Löwen gehen und bildet dann eine Spannung zu eurer Sonne. Dann bekommt ihr mehr Gegenwind und müsst euch öfter durchsetzen. Mehr dazu erfahrt ihr dann in eurem Horoskop für den Juli. Hallo ihr lieben Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Es wird ein äußerst prickelnder und aufregender und erotischer Monat für euch. Am besten haben es jetzt wohl diejenigen, die frei und ungebunden sind. Ihr könnt euch in eine Affäre stürzen, ohne Rücksicht nehmen zu müssen. Und wenn ihr bereits frisch verliebt seid, hängt der Himmel wahrscheinlich voller Geigen. Spaß habt ihr auch einfach an netter Gesellschaft, auf Partys und mit neuen Leuten. Schwieriger wird es, wenn ihr viele Verpflichtungen und Verantwortung habt oder wenn eure bestehende Beziehung nicht ganz glücklich ist. Denn die Sterne zeigen Tendenzen zur Flucht und auch zur Illusion an. Man träumt sich gerne woanders hin oder man liest in eine Geschichte etwas hinein, was vielleicht gar nicht da ist. Wenn ihr in eurer Situation also unsicher seid, passt gut auf, denn ihr könnt euch leicht in ein Liebesdesaster verstrecken, in dem entweder euer Flirtpartner schon gebunden ist oder ihr selbst liiert seid, aber Trost bei Dritten sucht, weil es euch in eurer Beziehung nicht gefällt. Dann können Gefühle verletzt werden, bei euch selbst oder indem ihr bei anderen zum Herzensbrecher werdet und das kann zu bitterem Liebeskummer führen. Dahinter steckt der Illusionsaspekt von Jupiter, euer Herrscher hier in eurem Zeichen und Neptun, dem großen Verführer und beide wirken direkt auf die Schützesonne ein. Der Neumond am 3. Juni fällt in euer Partnerhaus und ab dem 9. Juni geht dann auch die Venus bei euch ins Partnerhaus. Das alles verstärkt die Tendenz, in die Liebe verliebt zu sein und bei Frustrationen im Alltag die Flucht in eine Affäre zu suchen. Am besten ihr nehmt euch zu Neumond vor, es in der Liebe locker und langsam angehen zu lassen und nicht gleich bis zum Äußersten zu gehen. Die 90-Tage-Regel ist wahrscheinlich für den stürmischen Schützen nicht gemacht, aber sie gilt trotzdem. Erst wenn eine neue Affäre die ersten drei Monate glücklich überstanden hat, solltet ihr sie wirklich ernst nehmen. Vom 10. bis zum 24. Juni ist eine kritische Phase, in der man leicht die Realität aus den Augen verliert. Der Höhepunkt ist rund um den Vollmond am 17. Juni und der findet bei euch auf der Beziehungsachse statt und kann euch alles andere vergessen machen, wenn ihr an einem Flirt Gefallen gefunden habt. Deshalb immer schön auf dem Boden bleiben. Das kann übrigens auch finanziell oder beruflich gelten. Wenn man euch Angebote macht, die zu schön scheinen, um wahr zu sein, dann sind sie es wahrscheinlich auch. Bitte ganz realistisch überprüfen. Am besten wird es euch gehen, wenn ihr einen künstlerischen Beruf habt, in dem ihr viel Fantasie und Kreativität ausleben könnt, aber bereits gefestigte Strukturen habt. Alles, was bereits läuft, kann wunderbar mit Inspirationen gefüllt und erweitert werden. Vorsichtig solltet ihr nur sein bei allen neuen Angeboten, die jetzt an euch herangetragen werden. Wenn es geht, wartet ab. Zwischen dem 24. Juni und dem 7. Juli könnt ihr die besten Entscheidungen treffen. Ende Juni geht der Merkur in den Löwen und Anfang Juli dann auch der Mars und versorgt euch für sechs Wochen mit Schwung und Zuversicht. Und mehr darüber erfahrt ihr dann in eurem Horoskop für den Juli. Hallo liebe Steinbock-Geborene und Steinbock-Ascendenten. Verlegt wichtige Aktivitäten am besten in die erste oder letzte Woche des Monats. Die Zeit dazwischen ist von vielen Anspannungen geprägt. Super ist erstmal, dass noch bis zum 9. Juni die Venus für euch günstig im Stier steht, hier im fünften Haus der Lebensfreude. Und so könnt ihr eure Wünsche und Vorhaben auf sanfte, aber bestimmte Weise durchziehen. Deswegen habt ihr wahrscheinlich zunächst eine sehr produktive Phase. Auch für die Liebe sind die ersten neun Tage sehr angenehm. Deshalb verschiebt zärtliche Momente nicht auf später, sondern ergreift jede Gelegenheit, euch mit euren herzallerliebsten oder aktuellen Liebespartnern Zeit für die Erotik zu nehmen. Der neue Mond vom 3. Juni aktiviert beim Steinbock-Kollektiv die Heilerachse des Horoskops und den Bereich des Arbeitsalltags. Falls ihr ein gesundheitliches Problem habt, könnt ihr im Juni neue Impulse zur Heilung erhalten. Vielleicht ist es auch ein Monat, in dem ihr Arbeitsabläufe neu strukturieren wollt. Ab dem 9. Juni gesellt sich auch die Venus dazu und macht Lust, eure Arbeitsumgebung zu verschönern oder euch gesundheitlich etwas Gutes zu tun, zum Beispiel durch Wellnessanwendungen. Alles, was sanft ist und sich ohne großen Druck umsetzen lässt, wird funktionieren. Wenn ihr jedoch merkt, dass eure Ideen und Wünsche auf Widerstand stoßen, solltet ihr lockerlassen. Denn der Mars steht noch den ganzen Monat über bei euch im Partnerhaus und zeigt an, dass Leute, die sich von euch unter Druck gesetzt fühlen, äußerst empfindlich reagieren und nicht kooperieren wollen. Und bei euch im Zeichen stehen Saturn und Pluto. Das kann dazu führen, dass ihr euch um jeden Preis durchsetzen wollt. Tut das nicht. Querelen und Ärger, die im Juni entstehen, können langfristige Folgen haben. Überlegt euch ganz genau, ob es euch das wirklich wert ist. Auch eure Beziehungen solltet ihr mit viel Fingerspitzengefühl handhaben. Wenn ihr solo und auf der Suche seid, bringt der Mars im Partnerhaus die Chance auf Verehrer, die euch engagiert umwerben und dabei viel Gefühl und Fantasie an den Tag legen. Wenn euch die Person gefällt, wunderbar. Wenn ihr jedoch jemandem einen Korb geben müsst, kann die Reaktion sehr empfindlich und beleidigt ausfallen. In euren bestehenden Beziehungen solltet ihr auf Kritik und jeglichen Druck verzichten. Denn Auseinandersetzungen können zu einem Bruch führen, der sich nur schwer wieder reparieren lässt. Da gibt es eine ganz kritische Phase zwischen dem 10. und dem 20. Juni, wenn der Mars hier die Mondknotenachse passiert und sich dabei auch noch mit dem Merkur trifft. Das ist eine Konstellation für hitzige Diskussionen, bei der man auch noch dazu neigt, uralte Sachen wieder hervorzuholen. Doch gerade in der Zeit solltet ihr euren Partner und sogar auch Geschäftspartner mit Samthandschuhen anfassen, selbst wenn sie euch launisch und unsachlich vorkommen. Behaltet immer im Auge, was ihr letztlich mit der Person erreichen wollt und bleibt geduldig. Es lohnt sich wirklich nicht, sich zu zerstreiten, nur weil man unbedingt Recht haben will. Bei all der Anspannung habt ihr im Juni eine ausgezeichnete Intuition und spürt im Grunde, was der Situation angemessen ist. Ihr müsst einfach mehr auf euer Bauchgefühl hören und nicht nur danach gehen, was euch logisch und sachlich richtig erscheint. Am 21. Juni zur Sommersonnenmende geht die Sonne um 17.54 Uhr in den Krebs und wandert dann für vier Wochen durch euer Partnerhaus und betont eure Partnerschaftsangelegenheiten. Vom 26. Juni bis zum 7. Juli gibt es eine gute Phase, um klärende Gespräche zu führen und Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall lohnt es sich im Juni sehr achtsam mit eurer Kommunikation in euren Beziehungen zu sein, denn am 2. Juli haben wir eine mega wichtige Sonnenfinsternis und die kann in euren Partnerschaften große Veränderungen bringen. Darüber erfahrt ihr dann mehr in eurem Video für den Juli. Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Viele günstige Aspekte zu eurer Sonne zeigen, dass ihr im Juni oft der Fels in der Brandung seid, während andere Umfassungen bringen. Die Januar-Wassermänner, die jetzt unter dem Einfluss von Uranus stehen, werden allerdings selbst von einer Unruhe erfasst, weil sich Dinge in ihrem Leben ändern. Das betrifft vor allem die Familie, das Heim oder Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. Darauf bin ich in meinem Jahrbuch ausführlich eingegangen und wenn ihr diesen Einfluss spürt, würde sich auch eine persönliche Beratung lohnen. Die übrigen Aspekte sind jedoch überwiegend positiv und erfreulich. Zum Beispiel auch der von Chiron im Widder, der die Evolutionsagenten unter euch fördert. Wenn ihr beratend oder therapeutisch tätig seid, werdet ihr viele Klienten haben, die euch um Rat fragen und können viel Gutes bewirken. Auf der persönlichen Ebene stehen Spaß und Partys im Vordergrund, denn die Sonne und später auch die Venus aktivieren eure Lust und Lebensfreude. Und in diesem Bereich fällt auch der Neumond vom 3. Juni. Wolltet ihr endlich mal wieder Sport treiben oder interessiert euch ein neues Hobby, dann ist dieser Neumond ideal, um damit anzufangen. Wenn ihr in einem kreativen Beruf arbeitet, erhaltet ihr nun neue Impulse für eure nächsten Projekte und dürft euch über viele gute Ideen freuen. Und falls ihr auf Partnersuche seid, kann dieser Neumond auch den Beginn einer spannenden und heißen Affäre anzeigen. Auch eure Freundschaften sind im Juni wichtig. Ihr seid beliebt und habt viele Kontakte und werdet wahrscheinlich auch zu einigen Partys eingeladen. Ab dem 9. Juni geht die Venus in die Zwillinge und damit auch in euer fünftes Haus der Lebensfreude und verstärkt alle guten Impulse. Außerdem bringt sie Lust auf Liebe und erotische Momente, was sehr günstig für eure Beziehungen ist. Wenn ihr noch Single seid, steigen dann und bis zum Monatsende eure Flirtchancen deutlich an und ihr lernt nette Leute kennen, wenn ihr eurem Hobby nachgeht oder gemeinsam Sport treibt. Beruflich läuft diesen Monat vieles darüber, wie gut ihr in eurem Netzwerk aufgestellt seid. Man wird euch wahrscheinlich tolle neue Projekte anbieten und interessante Vorschläge machen. Vorsicht nur, wenn es dabei um Geld geht. Da wird mehr versprochen, als gehalten werden kann. Besonders heikel kann es sein, Freunden oder Geschäftspartnern Geld zu leihen oder selbst Bekannte anzupumpen. Darauf solltet ihr verzichten, das kann nach hinten losgehen. Überhaupt solltet ihr bei allen Geldverhandlungen große Vorsicht walten lassen und alles, was besprochen wurde, hinterher schriftlich festhalten. Der Mars läuft für das Wassermann-Kollektiv durch das Berufshaus und zeigt viel Aktivität an. Vielleicht ist es manchmal sogar Aktionismus. Es lohnt sich, besonders rund um die Monatsmitte gegenüber Kollegen, die mit persönlichen Problemen zu kämpfen haben, geduldig und rücksichtsvoll zu sein. Im Prinzip läuft alles gut für euch, aber falls ihr jemanden auf den Schlips tretet, könnte die Person hintenrum schlecht über euch reden und euch damit schaden. Kritisch ist diesbezüglich besonders die Zeit zwischen dem 10. und dem 24. Juni und auch für alle Geldangelegenheiten ist das eine schwierige Phase. Wichtige Entscheidungen solltet ihr, wenn möglich, auf die Zeit zwischen dem 26. Juni und dem 7. Juli vertagen. Am 27. Juni geht der Merkur in den Löwen und in euer Partnerhaus und das läutet dann eine sechswöchige Phase ein, in der es in euren Beziehungen turbulent zugehen kann, weil der Mars Anfang Juli ebenfalls in euer Partnerhaus läuft. Mehr darüber erfahrt ihr dann in eurem Horoskop für den Juli. Hallo ihr lieben Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Die kosmischen Einflüsse sind anregend und auch aufregend für euch. Wenn ihr auf der Suche nach einer Beziehung seid, ist eure Ausstrahlung sehr verführerisch und ihr traut euch auch mehr als sonst eventuell selbst auf jemanden zuzugehen. Das liegt daran, dass die Liebesplaneten zusammen mit Uranus und Lilith, die ihr bei euch im Zeichen steht, sehr prickelnde Aspekte zu eurer Sonne bilden. Deshalb liegt jede Menge Flirt-Energie für euch in der Luft. Saturn und Pluto stehen im Freundschaftshaus wie zwei Wächter, die versuchen, auf euch aufzupassen. Wenn euch also alte Freunde, die euch schon lange kennen, ein wenig kritisch auf eure neuesten Flirts oder Hobbypläne schauen, nehmt es ihnen nicht übel. Sie wollen euch nur vor Enttäuschungen schützen. Wir haben halt diesen Monat den kritischen Aspekt zwischen Jupiter und Neptun hier und der Neptun steht direkt bei eurem Zeichen. Beide wirken direkt auf eure Sonne ein und dieser Aspekt erzählt von Täuschungen und Illusionen und davon, dass mehr versprochen wird, als gehalten werden kann. Und das kann euch auch selbst betreffen. Auch ihr könntet jetzt im Überschwang Versprechen geben, die ihr gar nicht einhalten könnt. Bitte achtet da einfach ganz sorgfältig drauf und lasst euch im Zweifelsfall ein bisschen Zeit. Wenn möglich, am besten bis zum 24. Juni. Fische können schlecht Nein sagen, weil sie die Konfrontation scheuen, aber deshalb müssen sie auch nicht gleich Ja sagen, Weil eurem Charme zurzeit sowieso niemand widerstehen kann, werden sich alle damit zufrieden geben, wenn ihr sie bittet, euch ein bisschen Bedenkzeit zu geben. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, könnte euer Partner verunsichert sein, weil ihr auch von anderen umschwärmt werdet. Zeigt eurem Schatz, dass ihr zu ihm steht und nutzt die lustvollen Aspekte, die ihr vor allem zwischen dem 1. und dem 9. Juni habt, um euch spielerisch und auch erotisch und sinnlich mit eurem Liebsten zu verbinden. Das Der Neumond vom 3. Juni fällt beim Fische-Kollektiv in den Bereich des Heims und der Familie. Vielleicht möchtet ihr euer Zuhause umgestalten oder überlegt sogar ein Homeoffice einzurechnen. Rechnet damit, dass nicht alle eure Pläne realistisch sind und sich nicht alles so umsetzen lässt, wie ihr es euch wünscht, aber zumindest einiges davon lässt sich bestimmt realisieren und das macht dann auch Spaß. Zumal ab dem 9. Juni auch die Venus bis zum Monatsende gute Ideen für Verschönerungen in eurem Heim oder netten Besuch bei euch zu Hause verspricht. Beruflich habt ihr gute Impulse, dank Glücksplanet Jupiter, aber auch hier gilt, nicht alles erweist sich als machbar und manche Pläne entbehren der realistischen Grundlage. Manchmal passen eure eigenen Ideen auch einfach nicht mit den Wünschen eurer Vorgesetzten oder Klienten zusammen. Da sind dann wahrscheinlich noch weitere Gespräche nötig. Damit es nicht zu Enttäuschungen kommt, sei es beruflich oder privat, lasst eure Ideen erst mal sacken und sortiert die Sachen aus, die allzu unwahrscheinlich klingen. Immerhin habt ihr eine sehr gute Intuition dafür, was machbar ist und was nicht. Da solltet ihr ruhig eurem Bauchgefühl vertrauen. Rund um den Vollmond am 17. Juni werden besonders viele Luftschlösser gebaut. Am 21. Juni um 17.54 Uhr ist Sommersonnenwende. Da geht die Sonne in den Krebs und bildet anschließend für vier Wochen sehr angenehme Aspekte für euer Wohlbefinden und eure Vitalität. Vom 26. Juni bis zum 7. Juli ist dann eine Phase, in der ihr vieles klarer seht und gute Entscheidungen treffen könnt. Das waren eure Sterne im Juni und jetzt habe ich noch ein paar wichtige Infos und die Verlosung für euch. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr mich gern über meine Homepage oder meinen Kundentelefon kontaktieren. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist der Neumond-Talk am 3. Juni um 21 Uhr und in der Sendung verlose ich eine 15-minütige Live-Beratung. Dazu müsst ihr euch bitte mit einer E-Mail anmelden und die Infos findet ihr auf meiner Homepage. Der Livestream findet dann auf meinem YouTube-Kanal statt. Am 7. Juni um 19 Uhr ist dann schon der nächste Termin. Da gebe ich ein Webinar über die Lilith-Transite, Begegnung mit der weiblichen Urkraft. Wenn die Lilith wichtige Punkte im Horoskop berührt, löst das oft starke seelische Reaktionen aus und das schauen wir uns näher an. Falls ihr an dem Abend keine Zeit habt, live dabei zu sein, könnt ihr nachträglich noch das Video des Workshops buchen. Alle Infos zur Anmeldung findet ihr auf meiner Homepage unter Vorträge und Seminare. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Ihr könnt ein schriftliches Partnerhoroskop gewinnen, denn im Juni wird es viele Liebesangelegenheiten zu klären geben. Da kann es sehr nützlich sein, zu wissen, wie man mit dem Herzallerliebsten oder Flirtkandidaten zusammenpasst. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Mehr über die bedeutenden Konstellationen des Monats erfahrt ihr in den Videos Abenteuer und Verheißung über Jupiter im Schützen und den Illusionsaspekt zu Neptun. Und in dem Video Finde Deine Heimat gehe ich ausführlich auf die Bedeutung der Mondknoten ein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.